Paella heißt Pfanne. In Spanien kommt da hinein, was gerade im Haus ist. Deshalb gibt es so viele Rezepte wie Köche. In unserer Universalpfanne braten Sie Hühnerschenkel in Olivenöl an. Geben Sie Zwiebeln und Knoblauch hinzu, salzen, pfeffern und dünsten Sie das Ganze. Fügen Sie kleingeschnittene Tomaten und Paprika, die Krewetten und den Seeteufel hinzu, dann Reis, Safran und Piripiri. Kurz mitdünsten, mit Gemüsebrühe ablöschen und 10 Minuten bei mittlerer Hitze garen. Verteilen Sie die Muscheln auf dem Reis, fügen Sie Weißwein hinzu und garen Sie die Paella bei zugedeckter Pfanne 5 Minuten lang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017